Schaut's her, hört's das? Das geht nicht runter. Grüß euch! Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mit euch ein bisschen lang stoßen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rumgerutscht ins neue Jahr. Prost, Prost. So, Heinzi stellt vor. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe vor Silvester, drei, vier Tage vor Silvester, die sechs Glaserler gekauft. Und ihr wisst genau, da unterhalb sind immer die Pickerla um. Das ist eine Katastrophe. Da kannst du rippeln, da kannst du kratzen, die kriegst du nicht runter. Ich habe die drei Mal in Geschirrspüle reingegeben, die Pickerla waren noch immer oben. So, zum Glück habe ich das richtige Produkt gefunden, nämlich den Top Clean Citrusreiniger. Und der ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein Klebstoffentferner. Und jetzt zeige ich euch, dass der kommt. Der holt euch die sämtlichen Klebreste herunter. Sprich, da zeige ich euch bei dem Pickbundle. Ihr braucht es einfach nur hergehen, trottet das auf, lasst das ganz kurz einwirken. Und jetzt schaut her einmal. Das ist legendär. Ich zeige euch das. Da könnt ihr jetzt durchschauen. Seht ihr das? Da ist alles super runter. Und jetzt zurück noch einmal zu den Glaserlern. Da habe ich jetzt eine Vase. Und das sind die berühmten Pickerla. Und da habe ich schon ein Face gekribbelt. Schaut her. Hört ihr das? Das geht nicht runter. So. Einspritzen. Ganz kurz einwirken lassen. Und jetzt schaut, was passiert. Egal, was ich für Klebrestände habe. Ihr wisst, wenn ich jetzt ein Auto unter dem Baumstein lasse, was passiert da? Ich habe Harzflecken oben. Die kriegst du nicht runter. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das spritze ich auf auf dem Auto, lasse das einwirken, wische runter und das ist sauber. Aber nicht nur Harzflecken. Autobaumvignetten, Gutachtungsplaketen. Die Klebrestände, die kriegt man nicht weg. Schauen Sie einmal. Wahnsinn, da hautst du das Heu raus. Alles weg. Der Flecken beim Auto sind oft hinten die ganzen Punkter. Die kriegst du nicht runter. Mit dem Topkin Klebstoffentferner. Der besiegt die Klebstoffe.